Ahoi, Wissenssuchende! Heute begeben wir uns in die Welt der Ozeane und tauchen ein in die erstaunliche Lebensweise der Seepferdchen. Seepferdchen sind nicht nur charmante Meeresbewohner, sondern auch wahre Wunder der Natur. Wusstest du, dass sie zu den langsamsten Schwimmern im Tierreich gehören? Trotz ihrer geringen Größe bewegen sie sich beharrlich durch das Wasser und ihre einzigartige Schwanzflosse hilft ihnen, sich an verschiedenen Objekten festzuhalten. Jetzt kommt der erstaunliche Teil. Seepferdchen sind die einzigen Fische, bei denen die Männchen schwanger werden. Ja, du hast richtig gehört. Die Weibchen übertragen ihre Eier in den Brutbeutel des Männchens, wo sie sicher aufbewahrt werden, bis die Jungen schlüpfen. Eine echte Rolle rückwärts in der Tierwelt. Aber das ist noch nicht alles. Seepferdchen sind Meister der Tarnung. Sie können ihre Hautfarbe ändern, um sich perfekt an ihre Umgebung anzupassen. Diese erstaunliche Fähigkeit hilft ihnen, Beute zu finden und sich vor Raubtieren zu verstecken. Ihr habt Fragen oder wollt etwas zu verschiedenen Themen wissen? Dann stellt diese in den Kommentaren und folgt mir gern für noch mehr Wissen.